Hi, grüß euch! Heute darf ich euch einen ganz besonderen Wein vorstellen. Wieninger Merlot Grand Select 2012. Eine echte Granate. Ja, wie wir das erste Mal gekostet haben, hat uns der sofort überzeugt. Mit fast 15 Alkohol rockte er einfach den Gaumen. Wunderschöne Nase noch Eiche für die 30 Monate zum Teil neue Pariks. Nougat Döne, Orangen Zesten drinnen am Gaumen. Extrem lange, macht einfach Riesenfreude. Total nach Brombeersaft hinten in Abgang. Tolles Entwicklungspotenzial, heute ewig das Zeug. Sehr zum Wohl, viel Spaß! Möge Wohl